Hi und herzlich willkommen zu unserem Drop Serien Talk und unserem heutigen Review von Ozark Season 3. Also wir sind schon im dritten Start von Ozark und es gibt einige Fans von dieser Serie, dieser Netflix Serie unter euch und ich möchte mal heute die Season 3 ein bisschen mal kritisieren bzw. rezensieren. Und es ist eine Menge passiert und bei oftmals in Serienhasse hat man es ja so, dass diese Serien dann ab gewissener Staffellänge einfach mal keine Ideen mehr haben und bzw. sich wieder auf immer gleiche Art und Weise mit Konflikten auseinandersetzen und das macht Ozark diesmal ein bisschen anders, was ich auf jeden Fall sehr genossen habe. In der ersten Staffel geht es ja darum, dass Jason Batemans Charakter Marty ja natürlich diese illegalen Machenschaften denen nachgeht und dafür sorgt, dass er natürlich fliehen muss aus Chicago und in den Ozarks landet. In der zweiten Staffel geht es natürlich darum, dieses kriminelle, diese kriminellen Machenschaften weiter zu herauszufinden und bzw. was dahinter steckt und so ist die ganze Familie entwurft in diesem ganzen Money Laundering Scheme und also diese ganze Geldwäsche ist ja immer, wie gesagt, in jeder Staffel natürlich ein wichtiges Thema. Und in der dritten Staffel ist es so, dass da ein bisschen der Fokus shiftet. Und zwar haben wir sonst immer bei den anderen Staffeln immer ein externes Problem, was auf die Hauptcharaktere zugreift und Bedrohung von außen. Aber hier wird die Staffel ein bisschen anders geordnet und hier gibt es eine Bedrohung von innen, sodass die 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 Ehe von Marty und seiner 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 Frau Wendy im Mittelpunkt steht und da ergibt es einige Spannungen. Sie müssen zum Therapeuten, sie haben andere Ansichten über Expansion und wie das Geschäft gehandhabt werden soll und da wird es oder gibt es einige Probleme, die dann auftauchen und die über die Staffel hinweg gelöst werden müssen. Das Ganze wird dann natürlich supported mit Subplot, der der natürlich teilweise da ein bisschen problematisch ist, muss ich sagen, der eher ein bisschen langweilig und so ein bisschen schleifend wirkt, dass man da hätte ruhig vielleicht eine Episode weniger machen können und diese Storys weniger in den Mittelpunkt stellen sollen für diese kurze Zeit. Aber es gibt natürlich auch einige super gute Ansätze und ich meine einer davon ist definitiv Tom Palfrey, der als Schauspieler, der Schauspieler, der für Ben Davis gekastet wurde. Das ist nämlich der Bruder von Wendy und das ist wirklich eine sehr sehr große Rolle und wie der das auch gespielt hat, weil er eine gewisse Krankheit hat. Spoiler an dieser Stelle, bipolar ist er und kommt da mit seiner Medizin nicht klar und hat immer wieder irgendwelche Probleme, die in diese Richtung gehen und das sieht aus seiner Schwester und zusätzlich mit den Problemen noch, die sie selber hat, die Wendy dann selber hat mit der Ehe und so weiter und so fort und die ganzen Auseinandersetzungen und dass sie vielleicht abgesetzt werden als 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 Chef Chefs dieser dieses Imperiums, sag ich mal, dieses Geldwäsche Imperiums, ist da wirklich sehr interessant und Tom Palfrey spielt diese Rolle wirklich so, so gut. Deswegen hat er definitiv, auch wenn Emmy-Zeit kommen wird, Supporting Cast oder Supporting a Role, wird er auf jeden Fall eine Nominierung bekommen, weil das so genial gespielt wurde. Das war schon unglaublich und man, als ich das geguckt habe, beziehungsweise ich habe dazu was gelesen schon im Vorfeld, dass der wohl sehr gut spielen soll, dann war die Frage natürlich so, wann kommt das, wann kommt das und dann kommt diese eine geniale Szene. Also die war, die war echt, also das ist ein Scene-Stealer definitiv und deswegen Tom Palfrey ist mein MVP dieser Staffel, also mein Lieblingscharakter auch und er auch Julia Garner, die ja in der letzten Staffel super war und da herausgebildet wurde, ist natürlich auch wieder gut, aber Tom Palfrey macht das unglaublich genial und leider die Storyline zwischen Darlene und um Baby Zeke, das ist halt wie gesagt das, was ich meinte, dieser Subplot, der ein bisschen uninteressant ist, aber insgesamt trotzdem für eine gute Story macht, aber ich finde, dass wir das, was da rauskommt zwischen Marty und Wendy und aber auch Navarro teilweise, zeigt nochmal genau, bringt nochmal neue Facetten zu den Charakteren, die da insgesamt eine wichtige Rolle spielen und das ist schon sehr gut gemacht und ich finde, ein gutes Mittel da sich auf sich selbst zu beziehen, anstelle wieder irgendwas von außen, irgendein Bösewicht, der versucht da alles, sag ich mal, ins Stocken, das ist ein Stockengerät, da alles zu machen dafür, ist natürlich nicht immer die beste Lösung und daher, meiner Meinung nach, ist es wirklich sehr gut gelungen, was in dieser Staffel, wie das umgesetzt wurde. Man kann aber sagen natürlich, dass es halt schon, also vom Style her ist es jetzt nichts Neues, was jetzt irgendwie unbedingt wen Storytechnisch ins Boot holen muss, beziehungsweise oder wird und auch natürlich rein äußerlich wird jetzt keine, es ist keine Innovation, wo man sagen würde, oh, das hat es jetzt gebracht, das wird neue Fans für OSA generieren, nein, es geht genauso, sag ich mal, gut in dem Tempo weiter, wie es die anderen Staffeln gemacht haben und es wird zum Glück nicht langweilig, also es ist halt keine schlechtere Staffel als die anderen davor und daher ist meine Bewertung auch relativ entspannt, ich gebe immerhin noch 8 von 10 Punkten für diese Staffel und ich bin gespannt, wie ihr diese, wie ihr die Staffel fandet, ob ihr es genauso gut fandet, und das Ende natürlich auch wieder sehr dramatisch, also lasst es mich wissen in den Kommentaren, macht's gut!